Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in die neue Woche reingestartet, sag ich mal so. Gestern gab's ja immer kein Update-Video, aber ganz ehrlich, es ist auch echt wenig passiert und so ein Tag Pause tut auch mal ganz gut, mal nicht unbedingt den ganzen Tag auf die Charts zu gucken, aber wie gesagt, es ist wenig passiert übers Wochenende. Am Wochenende sollte man sowieso generell fast immer die Finger weg von irgendwelchen Trades lassen. Ihr wisst ja, die eine Long-Position habe ich noch offen. Die ist jetzt wieder gerade so ins Plus gerutscht, sag ich mal, nachdem wir um das Golden Pocket, sag ich mal, rumgetanzt sind und sogar kurzzeitig nochmal drunter waren, also nochmal einen Volls-Move nach unten gemacht haben. Momentan, wie gesagt, bei ungefähr 39.000 US-Dollar. Bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten starten wir jetzt direkt durch, wie gesagt, momentan bei ungefähr 39.000 US-Dollar. Es hat sich trotzdem wenig geändert. Geopolitisch ist nicht viel Neues dazugekommen. Jetzt sind gerade irgendwelche Gespräche wieder zwischen Russland und Ukraine. Mal gucken, ob da irgendwas rauskommt, was ich auch schon gehört habe, dass irgendwie Friedensangebot kommen soll. Deswegen haben wir jetzt auch die Märkte ein bisschen gedreht. Könnte gut möglich sein. Wie gesagt, wir sehen diesen momentanen Move. Wir waren bei unserem Low bei ungefähr 37.500 US-Dollar. Wir haben das 0,786 da noch nicht angetestet. Wir haben noch kein Lower Low hingelegt. Also wir haben immer noch ein Higher Low, zumindest auf den kleineren Timeframes gebildet. Ist schon mal recht bullish, nachdem wir hier oben schon mal das Higher High eigentlich gebildet haben. Auch wenn es nur minimal ist. Higher High ist Higher High. Lower oder Higher Low zählt auch noch dazu. Also top bisher. Wir haben jetzt unser 7E-Gap, glaube ich, bei ungefähr 39.500 US-Dollar. Das heißt, die Möglichkeit bestünde jetzt auf jeden Fall erstmal, dass wir auf einen 4-Stunden-Chart hier in diese Region auf jeden Fall reinkommen. Hier liegen auch die 4-Stunden-Emer-Ribbons. Und dann wird es natürlich interessant. Ist es wirklich nur ein False Move, bis die US-Börsen jetzt aufmachen? Die machen jetzt dann auch gleich auf. Gehen hier vielleicht hoch in Richtung 40k. Und sehen dann hier wirklich doch nochmal einen Dump in Richtung 36k. Dann hätten wir natürlich ein Lower Low. Das heißt, die Struktur wäre erst einmal gebrochen. Momentan halte ich es aber wirklich für möglich. Also wir wissen ja, die Marktlage generell ist nicht wirklich gut. Ölpreis absolut am Abdrehen. Weizenpreis absolut am Abdrehen. Also die traditionellen Märkte stehen auch deutlich unter Druck. Das dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Und ansonsten wäre es auf jeden Fall wichtig, hier vielleicht in die Region 41.000, 42.000 US-Dollar zu gehen. Ihr seht es hier, wir haben hier eine schöne 4-Stunden-Supply-Zone noch, die vielleicht auch noch gerne angetestet werden möchte, um diesen Dump hier drüben vielleicht wieder ein bisschen zu reakkumulieren, sage ich mal. Und dann wird es interessant, entweder wir kommen wieder in unseren Abtrend hier rein, schaffen dann hier wieder einen Bounce. Oder wir sehen halt hier wirklich noch ein Lower-Low. Ist auf jeden Fall noch beides mit drin. Momentan, wie gesagt, grundsätzlich eher ein bisschen Seitenlinie, weil wir keine richtigen Strukturen sehen. Der Ares-Eye ist relativ niedrig. Also wir sind hier bei 42.000, das heißt, wir haben eine Menge, Menge Luft noch nach oben und einen Haufen Up-Potenzial, sage ich mal. Aber wie gesagt, momentan eher ein bisschen Seitenlinie, vor allem auch bei den Altcoins, die wir uns jetzt auch gleich noch ein bisschen angucken. Wichtig für mich jetzt erstmal, dass Golden Pocket hat gehalten. Auch wenn wir hier einen kleinen Move, sage ich mal, da drunter hatten, ist die Struktur immer noch im Gange. Es hat erst einmal gehalten. Wie aussagekräftig das ist, ich meine, ihr seht es hier, wir sind übergeordnet erst einmal in einer Seitwärtsbewegung. Heißt ungefähr, ich fange jetzt mal hier drüben seit Ende Januar rum, befinden wir uns hier in dieser Marktlage, sage ich mal, zwischen 34.000 US-Dollar bis 45.000 US-Dollar. Das hat sich an der Struktur wenig verändert. Wichtig wird sein, entweder wir gehen unter die 34k, dann gehen wir wahrscheinlich eher Richtung 30k. Oder wir schaffen es endgültig mal, sorry, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt. Oder wir schaffen es endgültig mal über die 45k, aber dann wartet halt eine Menge, Menge Widerstand. Aber es liegen natürlich auch eine Menge, Menge Shorts da oben, das heißt, da könnte dann auch wieder mit Short-Liquidation wieder viel noch untergehen. Aber gut, würde ich sagen, warten wir erst mal ab. Wichtig jetzt erst mal, wir sind weiterhin hier am Golden Pocket, deshalb gehalten, das ist erst mal das Wichtigste. Von hier aus können wir auf jeden Fall erst mal einen Move nach oben hin sehen. Maximal sehe ich aber momentan diesen Bereich um 41.000, 42.000 US-Dollar. Aller, aller maximal, sage ich mal, 42.500. Das ist jetzt erst mal das, was ihr wissen müsst, einfach um den RSI vielleicht ein bisschen abzukühlen, das CME-Gap zu füllen. Das wäre dann auch gleichzeitig hier oben noch ein Retest des ehemaligen Abtrends und dann vielleicht ein Turnover. Aber das schauen wir uns dann in den nächsten Videos nochmal genauer an. Gut, fangen wir an mit Altcoins. Ethereum auch ein bisschen am Pumpen mit überhaupt keinem Volumen. Also das nehme ich auch hier ehrlich gesagt nicht für voll. Golden Pocket viel, viel deutlicher als Bitcoin durchbrochen. Hier wäre sogar eher die Chance gewesen, dass wir hier ins 0786er gehen, weil hier eine neue frische Liquiditätszone gewesen wäre, wäre vielleicht sogar besser gewesen als dieser Move her. Also Ethereum traue ich momentan nicht. Der pumpt einfach nur, weil Bitcoin pumpt. Deswegen für mich auch momentan noch nicht wirklich nachhaltig. Bullish Divergence haben wir auch nicht auf dem 4-Stunden-Chart. Ihr seht es hier, wir haben zwar ein Lower Low, aber auch im RSI ein Lower Low. Also auch kein wirklich gutes Zeichen, dass es hier jetzt gleich wieder eine Trendwende ist. MACD wertig auf dem 4-Stunden-Chart ist ehrlich gesagt noch nicht wirklich so ultra-bullish. Also auch hier erst mal die 4 Stunden E-Mail-Ribbons bis 2700 US-Dollar circa haben wir auf jeden Fall Luft. Der Move wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Gut, schauen wir uns XRP an. XRP eigentlich auch mit wenig Bewegung. Also ihr seht es auch hier eher so eine richtige Seitwärtsbewegung, was ich auch schon gesehen habe. Okay, wir... Ne, das wollte ich nicht. Dass wir hier eine Art Symmetrical Triangle bilden könnten, wenn wir hier unten die ganzen Punkte hier verbinden mit diesem Fake-Out hier, was mir überhaupt nicht gefällt. Also da sind wir unten ehrlich gesagt viel zu wenig Berührungspunkte. Für mich eher momentan Seitwärtsphase. Wichtig, wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart. RSI bei ungefähr 50 ist noch eine Möglichkeit. Wir sind jetzt genau hier am 200er SMA, 200er EMA. Wäre sogar eine Möglichkeit hier vielleicht eine Long-Position zu eröffnen. Aber erst wenn wir über den Retest drüber sind, plus der Monats-Pivot liegt hier auch noch. Heißt, danach sollten wir hier wirklich einen schönen Retest sehen. Wäre eine Möglichkeit für eine Long-Position, solange der RSI passt. Und dann könnte XAP hier auch locker erstmal ein Preisziel von ungefähr 0,93 US-Dollar erreichen. Ist nicht unwahrscheinlich. Aber ich finde, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Vor allem, weil wir nicht wissen, wie Bitcoin momentan abfährt. Gut, schauen wir uns Luna an. Auch Luna noch ein bisschen am Korrigieren. Wir haben die 4-Stunden-Ema-Ruents nach unten hindurchbrochen. Erstmal kein gutes Zeichen. Aber das ist diese Box, wo ich euch gesagt habe vor ein paar Tagen. Monats-Pivot wird gut und gerne immer wieder angetestet. Einfach um den Support für den Monat zu bestätigen. Wir haben diesen Wig fast komplett aufgefüllt. Wir haben diese ehemalige grüne Box, wo ich euch gesagt habe, in den vorletzten Videos glaube ich immer. Wo hier eine Möglichkeit wäre, dass wir hier einen Bounce hin. Wir sind genau in diese Box gekommen. Plus diesen Monats-Pivot. Da wäre es jetzt auch vielleicht eine Möglichkeit, nachdem der RSI hier deutlich abgekühlt hat. Wirklich für eine Trendwende. Und ihr kennt Luna. Luna pumpt sowieso immer. Also Short-Position würde ich hier sowieso nicht mehr aufmachen. Dann eher eine Long-Position wäre hier unten beim Monats-Pivot eine Möglichkeit gewesen. Jetzt nochmal reinzuspringen halte ich wirklich für risikoreich. Wir haben jetzt hier erstmal den nächsten Widerstandsbereich bis ungefähr 85 US-Dollar. Sollten wir da drüber kommen über diese Zone, sage ich mal. Sieht es dann schon wieder ein bisschen windgeschützter aus bis in den Bereich von 93 US-Dollar. Aber jetzt momentan, ich meine der ganze Markt pumpt. Jetzt wartet erstmal noch vielleicht ein, zwei Stunden, bis die US-Börsen sich ein bisschen eingependelt haben, ob es neue News gibt. Volumen bei Luna deutlich abnehmend. Also auch keine wirklich bullischen Nachrichten. Und dann zum Schluss noch Phantom. Nachdem da relativ bearische News auch kamen, wegen, ich weiß nicht, Jörn Finance, dass das Projekt irgendwie eingestellt werden soll. Ich will jetzt aber nichts Falsches erzählen. Habe es nur am Rande mitbekommen. Auch dieses DeFi-Projekt absolut nach unten gekracht. Ist vielleicht trotzdem eine Möglichkeit. Also ich glaube, das Projekt soll trotzdem weiterlaufen. Ist ja nichts wirklich bearisches an sich. Natürlich, dass ein Typ das verlässt. Also das Projekt wird ja nicht eingestellt. Aber man sieht es, was das für Auswirkungen hat. Also wir haben hier insgesamt von unserem High wieder einen krassen 37% Dump gesehen. Da hilft dann auch keine TA, sage ich mal. Wichtig ist, die Zone hier unten hat gehalten. Passt schon mal ganz gut zum Nachkaufen. Wer an das Projekt langfristig glaubt, ich habe es auf jeden Fall nochmal ein bisschen wieder eingedeckt. Weil wir hier auch, sage ich mal, noch eine Menge Aufwärtspotenzial haben. Gut, schauen wir uns auch ganz kurz die News an. JP Morgan investiert in Blockchain-Plattformen TRM Labs. Den Artikel werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Und dann noch in relativ aktuellen Zentralbanken arbeiten weltweit an digitalen Währungen. Ist ja kein Geheimnis. Wird überall dran gearbeitet. Wer es braucht, wer es nicht. Ganz ehrlich, only Bitcoin. Klingt zwar jetzt ein bisschen hart, aber trotzdem. Können Sie gerne mitarbeiten. Aber macht einfach nur das Geldgedrucke. Viel, viel einfacher. Wird jetzt wahrscheinlich auch immer noch mehr werden mit dem ganzen Ölpreis. Was weiß ich was. Ihr wisst, was ich meine. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Kommentiert unten. Wenn ihr irgendwelche Altcomment-Wünsche habt, irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich freue mich drauf. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Nachmittag auf jeden Fall noch. Kommt in die Telegram-Gruppe, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ansonsten, schönen Nachmittag. Und wie immer, stay crypto. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.